Musik 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 Hat jemand eine Handgranate? Es ist einer links Der Jäger vor mir Und dann noch ein weiterer Seite Ich soll es direkt vor Chris eine Granate schmeißen Scheiße man Ich hab keine Leute Haben wir noch einen Breach oder so der hochkommen kann zur Kittel? Christian ich schieße einen Feuerfall und lebe vorbei Ich komme ich komme ich komme Ich komme mit der Breach Nein warum da? Falsch Ja ist halt eine Thermal Bridge Geht off Christian wir sind die Position so ungefähr von links Links in der Ecke ist Frost Und rechts sind zwei oder drei andere Spieler Rechts sind drei Das heißt links haben wir eine Frost Die Ah ok da komme ich nicht ran Mario bleibt da so Ich könnte versuchen zu Flaschen Ach doch ist die Claymore Nee warte mal warte mal Mich hat irgendwas vor Nee hab ich nicht wirklich Ok Frost ist Ich geh nach links Ich geh nach links Frost ist jetzt geradeaus durch Frost tot Gut Dann nur noch die drei rechts Ja ja Nur noch Ja ja also Oh Gott hier ist auch noch Magst du die Matte zerstören Mario Moment Fuck Ja ist zerstört Fuck Ich geh direkt an der Tür So Ich geh direkt an der Tür So ein Schild Das gibt's ein bisschen Decken Chris wird vermutlich vermutlich umlaufen Ja Ja Ich geh da nicht 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 So wird's gemacht Ich schläge doch Ja das ist ja voll Lockp im Nahkampf Der ist eins vor mir Vor dir Vor dir vor dir Ja drauf weg in die Küche Nein nicht in die Küche Was Ja genau Chris Genau Was war denn da eigentlich von mir Was war denn da eigentlich von mir Ich bin doch geschossen Ich weiß nicht von wo Ah hier ist doch ein Bandit Na Bandit willst du kommen Ha Komm schon Komm wir spielen ein bisschen Ja Wirf dein schönes C4 Denkst du ich fahre darauf rein? Oh da ist noch einer Ja los Ja los Ja los Zünde Das war dumm Von hinten bei mir Von hinten kommt einer Ella 10 AP Ja Ja Ella habe ich gesehen Vorbeigerand Ich musste mich gerade mal ein paar Shadelinge kümmern Sie sehen die beiden nicht schön aus? Ja total So wo ist denn jetzt die Ella hingelaufen ne? Na wo ist die Kleine? Links ne? Nein! Das war genug Das war genug Messer und Messer mein Rad Die ist geil weggeflogen Warte 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 Ich werde mein fünfter Messer kill Ah ok Warte Nein bei Ja den hab sie gemestert Aber jetzt wirklich Hä? Bitte Wo ist der? Wo ist der? Die Füße liegt da Ja wir sind alleine Ja Warum pusht der noch die da hin? Denk mich nur von hinten Hm? Hm? Bei mir, bei mir Der letzte Moved weg Kann bei dir kommen Kann bei dir Was war das denn für ne Taktik? Wie viele Leichen liegen denn da? Das ist das gesamte Team Btf Btf Allerhand So'n Komposter ne? Voller Reichen Hehe Noch zwei wenn du den den setzt Noch zwei wenn du den den setzt Noch zwei wenn du den den setzt Alle im Chor Alle im Chor Lass mein Kanon singen Lass mein Kanon singen Wie darfst du einer so für wen Will Power Mac was machst du da? Mit mir Drogen Ich? Ja Ich wurde geblendet Vergewaltigt Angespuckt Genau was ist noch Ja warte ich mein das nach dem geblendet Wo 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 Wut aufgespringt Was ist da einer? Äh beim Fenster bei B ist einer Blackbeard Ich hab auch schon ein Schild kaputt gemacht Fleischer mit Fleischer mit Fleischer mit hinter den Chris Ja ich hab dann Oh das tut das so Oh mein Gott hab ich getötet Aber ich hab dazu noch ne verstärkte Wand das ist mein Rückenwissen gesichert Ich sehe nur von vorn das Fenster Nein das ist offen Fuck hier seiner Unwohl das musst du selber schaffen Ich hab keine Zeit Nein das schaff ich nicht Nein nein scheiß ich bin tot Ich muss nach Ich muss nachfahren Die verfickte scheißnacht Du warte bis mein Ding der ist Bis mein Magazin der ist Egal das schaffst du Doc Doc Yeah Alter wie krass ist das denn? Was hat Wir haben es einfach aufgeschweißt oder wie? Ja Wie geil ist das? Rechts war glaub ich noch einer hinter dem Da ist auch noch einer Ich glaub links am Fenster Warte Leise Da ist ein Typ von mit einem Blitz Blitzer ist da Scheiß die ganze Kameras sind weg Alter der hat scheiße geschossen Nein ich bin gedocht hast du es nicht gesehen? Ich bin so Matrix Style Ja genau Warte 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 Ja aber der hat nicht scheiße geschossen Lach vorbei Zwei Türen Ja komm mal Simo Jetzt guck sie grad zu dir Michi wir machen die Jetzt guck sie grad nicht Jetzt guck sie grad nicht Zieh links rum Oder? Bist du? Sieh 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 direkt vor dir Michi Nix in dir WTF ich dacht das wär ne Leiche Really Ich dacht das wär ne Leiche Michi wir machen den Deal ok? Ey warte mal gerade Ich dachte echt das wär ne Leiche WTF Es hat sich halt auch nicht bewegt Smoke ist nicht raus ok Ich setz noch den Brandfrag im Fuß Jägersystem Weiter weiter Ich bin es vor Ich muss weg 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 Ich hab nur 40 abgelehnt Ich kann jetzt Ok jetzt dürft ihr nicht mehr so stark pushen Köbeln hast du Flashes die du verkauften kannst im Jägersystem Nein ich kann Flashes Ich kann Flashes Nochmal Ok geht durch Ich flashe Da ist ne Falle von Lesion hingeworfen worden Aufpassen Aufpassen Warte zu vier Smoke Ok es ist weit genug geflogen Nein ich kann andere was Ja Ja das war angesagt aber ok Ja ich hab den Korn nicht gehört zu den Z4 Sorry Ich geh hinter dich aufpassen Doch ich flashe Ich bin hinter dir Flashes nochmal Ausfahren Ich mach ein neues Schild So Achtung Flashes mehrfach Ich blesse Film Mario Geil Nein Oh Scheiße Ich bin fast tot Das heißt ihr habt jetzt von hinten keine Deckung mehr Raus da Raus da Nein Oh Mann durch die Wand geht das Vergesst mich Vergesst mich Vergesst mich Wieso hast du dein Ding nichts drauf Ja Nice Gute Arbeitung Wirklich Eims Warum hattest du dein Aufklärungsvisier nicht drauf Ich schätze das ist ein Fakt Weil so kann man nicht getroffen sein Aber es war nur die erste Runde Es ist egal Es war gegen fucking Diamantspieler Ja wir haben Ein Sieg gegen Diamantspieler sind die Sieger des heutigen Abend Eims hattest du deinen Einwischen drauf? Ja 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 hatt ich Hatt ich Aufsicht Hahaha K.Tف Hahaha HAAH Hahaha Was hat der denn da gemacht? Alter, dieses Echo! Dein Ernst? Das ist ne Kapkan-Falle, ne? Ja. Ich krieg keine Luft mehr! Der hat ja fast dich mitgenommen, ne? Ja, ja. Alter, mein Bauch tut weh! Ihr habt Probleme. Alter! Fledge-Boot-Shotgun? Was? Ja, die haben alle Auto-Shotgun! Nimm die Shotgun und Gas rein! Oh mein Gott! Ähm, die ist jetzt nicht mehr so, ne? Alles klar! Ähm! Mal geraten, ne? Der andere musste ja irgendwo anders sein. Alter! Wie schlecht! Danke! Hast du das aufgenommen? Hast du das aufgenommen? Und warte! Ich hab's jetzt aufgenommen! Gut! The Defuser is being secured! 100 seconds! Pfff! Fällt'! Fällt, solicit! Tschöt, schööööööööööööö- Gut! Ost rein! Ok! Ich muss den jetzt helfen, ansonsten wird's... ...beggerusht! Ich hab'n Defuser, ne? Oh ja, Jäger ist hinten. Blitz Bandit, ich meine. Bandit, bandit. Keinen Diffuser habt ihr, ne? Scheiß. Teamwork. Der ist irgendwo da unten. Ah, Mann. Hä? Ach so, er schießt einfach so durch. Au. 30 Sekunden. Ja. Rüstung gefällt, ist er im Soft Legion. Ja. Ja, fuck. Der ist tot. Oh, ich bin auch tot. Alter, man fremst das. Verdammt, das klappt ja sogar. Warte. Von links kommt der nach rechts. Warte einfach. Ich bin grad... Alter, was ist das denn? Ich bin grad super nervös, okay? Keine Ahnung. Egal, warte. Was... Was noch Flashes, ne? Wenn die reinkommen. Du stehst mit dem Rücken zum Loch. Oh! Nein. Der eine war halt injured. War das ein Ace? Nein, ich hab einen. Ich hab den ja nicht bekommen. Ey, scheiße. Egal. Alter, ich hab... Alter... Ich hab den Ruck sowas von verkackt, ne? Doch, das war ein Ace. Ich hab den nämlich nicht bekommen. Das war nur ein Kindersitz. Ey, ich hab den Smoke auch nicht gefilfen. Nur von Kappi hatte der noch. Das war ein Ace. Ach, wie schreckt. Der ist mit Blitz. Ach, zu... Aaaaaaah... Das ist hässlich Ich zog da jetzt noch ein bisschen Minecraft Und du sollst bei der A-S-Ringern Wie geil, dass sie die ganze Zeit scannen Ja die sind Beide mirrorfenster sind jetzt offen unten Da unten sind wir verlaufen Da rechts Unter diesen Pico Links Nichts Wo 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 wo, keine Ahnung Links. Alter, nix, nix, nix. Sorry, let's go. Ich fand kein Ace. Ich fand kein Ace so, boll. Ja. Alex, was heißt PL? Ja. Ach nein. Ja, ich kenne das Siss. Wow, alter. Okay, jetzt nachladen. Jetzt kommt die Drohne zu früh geworfen, nachladen wurde unterbrochen. Da ist ein Schild links, nicht reinfahren. Was, Arfe? Wow, alter, ehrlich? Fink, 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 Fähigkeit. Und rein. Und jetzt rein. Alter, König geht es doch nicht an. Rechts, rechts, rechts. Links. Alter Mario. Du hast das jetzt nicht ernsthaft durchgezogen, Mann. Doch, alter Schwede. Sehen Sie den einen noch nicht? Alter. Alter. Sie steht einfach vor dir. Ich hatte so Glück gehabt, dass die Drohne die im Moment am Arsch gegangen ist. Alter. Sie steht einfach vor dir. Okay. Scheiße, Hache fehl. So, Warbang ist der 1000. Scheiße, ich habe auch den Warbang bis der 1000 verfehlt. Nein, sie drehen hier. Was? 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 Neu. Ich habe... Das hast du jetzt nicht gemacht. Mit Ansagen, mit Ansagen kannst. Ah, ich sehe nichts. Was ist los? Ich war blind. Wie nah hast du gewonnen? Blitz. Nein. Wollt ihr zu? Chris, ich wollte gerade nicht dazu kommen. Der legt sich direkt auf. Würde ich auch. Ich war vollkommen blind. Ich war vollkommen blind. Ich war vollkommen blitzt. Ja, ich war vollkommen blitzt. Ah, uah. Guck. Wie sehen wir denn alle aus? Bei mir wurden alle Waffenskins entweder. Ah, ich weiß, das ist deutsch was ich getriebe. Aber egal. Im Tunnel ist... Ist einfach durch mich errascht. Finka. Strip, strip, bei mir. Twitch ist in der Drohne im Tunnel. Ist wieder draußen. Fuck. Hast du das? Nein. Geh du und ich geh links. So, so gut. So, okay. Los, Leute. Also, blue ist keiner. Äh, eine Baustelle. Und dann direkt beim Defuser ist jemand. Und, äh, Mark ist im Prinzip... Ja, Mann. Bleib da hängen. Einer ist im Tunnel. Back. Einer tunnelt jetzt wieder. Zwei auf dem Spot. Twitch ist am Tunnel. Aber nicht... Nee, jetzt weg. Beide rechts. Ganz rechts jemand. Und ganz links nochmal an der Ecke. Jetzt wieder rechts. Und jetzt machst du kaputt. Und das mit Handicap, ne? Alter, und das doch auf Deutsch. Ist ekelhaft. Aber... Das ist ne Leistung von dir jetzt. Mein erstes Deutsch... Mein erstes Deutsch ist echt... Stell das mal auf Asiatisch. Auf irgendwas Asiatisch. Asiatisch. Fiegt wahrscheinlich so ein 5% Boost. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Ja. Aber trotzdem Aufnahme würd ich jetzt schon. Mute. Links. Irgendwo wahrscheinlich. Irgendwo linke Wand. Da, da, da. Hinter dem Hose. Hast du gesehen, ja. Töt ihn! Was war das für eine... Achso, der dachte vielleicht hätte zu viel oder so? Keine Ahnung. Der konnte sich mehr abbrechen. Auf Wiedersehen. Das war aber knapp bei mir. Ja, aber... Der Typ dachte wahrscheinlich hätte zu viel oder nein. Scheiße, ich hab's Schild. Alex, du, da vorne ich... Seitwärts oder andersrum? Seitwärts wie jetzt? Ja, du, da seitlich und ich vorne. Ah. Verstehe. Vorne macht doch bestimmt mehr Spaß. Ja, deswegen komm ich da hin. Ich hab mir... Ich hab... Oh, ich hab ein Report bekommen, weil ich gut bin. Okay. Ah, Chris, ich komme. Oh, wir lassen... Wir lassen... Wir lassen... Wir lassen... Wir lassen... Wir lassen... Was ist der doch anders überlegt? Jetzt kann ich durch das Regal holzen, ey. Nochmal bitte die Drohne. Alex, Alex, T4, T4. Hier. Ah! Fuck! Er ist selbst geflasht. Loll. Diffuser liegt... Nein, nein! Er ist verletzt. Schussweite von Mira. Mira ist down. Fuck! Nice! War das jetzt ein Ace ja, ne? Er ist auf Base oder wie? Ich glaub schon. Ja. Das war ein Ace. Warl-Hack-Winner. Warl-Hack-Winner. Ja, klar. Alles immer schön im Sperrangel weit offen. Ich bin Warl-Hack-Winner, ja. Hab dich jetzt auch reportet, glaub ich, oder? Oh nein! Oh nein! Fall mir doch nicht in den Rücken! Ist das eine Pistole? Ja. Die gibt's am Toppen. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach Ja oder Nein! Äh, ja. Ach so, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, die haben Verbot ist am Start. Zauern! Die Achterwanni geht so ab! Die Stänze mit der Gänse! Lass mich! Oh mein Gott!